Wie du gerade das andere Beispiel mit Knie nach außen beschrieben hast, dass wenn die Knie nach innen kommen, es nicht unbedingt ein Walguss sein muss, weil es kann ja schon auch sein, dass beide gleich schnell nach innen rotieren und dann hat man nicht mehr diese relative Außenrotation im Knie, aber man hat Knie nach innen, aber es ist überhaupt kein Walguss, so komplex ist es. Genau, weil wenn die Dinger eben gemeinsam rotieren und da kommt ja dann eben zum Beispiel auch ein Fuß dazu, der proniert, weil dein gesamtes Bein quasi, deine ganze untere Extremität kann nur nach innen rotieren, wenn alles zusammen funktioniert und dazu gehört halt Pronation. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob quasi die Pronation im Fuß die Innenrotation der Tibia ermöglicht oder die Rotation von der Tibia die Pronation ermöglicht. Am Ende bedingt sich beides gegenseitig und das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die man einfach nicht führen muss, aber das ist ja auch so, was passiert bei Pronation. Du verlagerst das Gewicht auf die Innenkante von deinem Fuß. Das heißt, alles wandert quasi mehr in die Mitte. Das ist ja auch das, was quasi Kompression ist, also so dieses globale Konzept der Kompression, dass quasi Dinge mehr in die, mehr zum Mitteline kommen. Also die Mitteline ist die Linie, die quasi zwischen deinen Augen einmal gerade deinen Körper in zwei Hälften teilt. Und das ist eine Strategie eben, wie wir Kraft erzeugen. Innenrotation. Dinge nähern sich der Mitteline an. Das ist das, was man im Squat sieht, by the way, Leute. Wo passiert das, was wir Knievalgus nennen in der Kniebeuge, so um 90 Grad rum? Warum passiert das so um 90 Grad rum? Erstens, weil um 90 Grad rum unser Knie einfach gut rotieren kann. Da ist es quasi offen geöffnet für Rotation. Wenn unser Knie durchgestreckt ist, kann es nicht rotieren. Könnt ihr ausprobieren. Funktioniert nicht. Da ist es eingerastet quasi. Und um 90 Grad in der Kniebeuge wirken die meisten Kräfte auf uns, weil die Hebel am größten sind. Weil eben so die Hüfte ist sehr weit hinten, das Knie ist sehr weit vorne. Die Lastarme sind am größten. Da müssen wir am meisten Kraft erzeugen. Wie erzeugen wir Kraft? Durch Innenrotation, durch Kompression des Systems, also so global gesprochen. Und dementsprechend wählt unser Körper ganz natürlich die richtige Bewegungsstrategie, um diese Bewegungsaufgabe zu lösen. In dem Fall Bewegungsaufgabe Kniebeuge. Und dafür wählt unser Körper die Strategie Innenrotation. Und eben, das kann dann sein, dass nur das Gesamte, also so passiert es hoffentlich, dass das gesamte System nach innen rotiert. Und alles was dazu gehört, dass der Fuß proniert, dass der Unterschenkel innen rotiert, der Femur innen rotiert, auch die Hüfte innen rotiert dann dementsprechend. Einfach damit wir Kraft erzeugen. Und wenn wir durch diesen Sticking Point im Squat durch sind, rotieren wir auch wieder nach außen. Das ist ja immer nur, sieh dieser kleine Wackler nach innen, den man sieht. Und das ist wiederum auch dadurch zu erklären, dass halt so Bewegung kreiert wird. Bewegung ist halt immer Bewegung auf einem Spektrum. Von Innenrotation wieder zurück zur Außenrotation oder von Außenrotation wieder zur Innenrotation. Und das ist das, was man in einem Squat so schön sehen kann und was man noch besser sehen kann bei Olympic-Lifts. Bei einem Clean & Jerk kann man es eigentlich am schönsten sehen. Wenn man einfach nur anschaut, wo orientiert sich das Knie hin bei einem schweren Clean & Jerk? Was ist das? Stoßen. Beim Stoßen ist es glaube ich auf Deutsch. Dann ist es kein Zufall, dass das Knie quasi in bestimmten Portionen, Abschnitten von dieser Bewegung eben sich eher nach innen orientiert oder wieder nach außen orientiert. Weil um diese Kraft zu erzeugen, wir halt einfach immer diesen ständigen Wechsel brauchen aus Innenrotation und Außenrotation. Siehe Gangzyklus. Gangzyklus ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Ein Splitsquat ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Ein Squat ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Aber ultra kompliziert und wirklich komme mir immer wieder total hohl vor, wenn ich mal wieder in meine Notizen reingehe und mir meine Knienotiz so anschaue, weil ich mir immer wieder so denke, so hä, ich habe es schon irgendwie verstanden, aber dann lese ich da wieder so einen Satz, den ich selber aufgeschrieben habe, mit dem ich mich dann selber total verwirre. Also vielleicht habt ihr jetzt schon ein besseres Bild davon, was Knie-Walgus eigentlich ist. Und vor allem, was es nicht ist. Ja.